Herzlich Willkommen im Kreißsaal der Asklepios Klinik Warnspick. Ich darf Sie herzlich begrüßen, auch im Namen meiner Kollegen des geburtstätigen Teams unter der Leitung von Professor Maul. Mein Name ist Lina Ströder, das ist Herr Lesche und Frau Carmen Wittner, die leitende Hebamme. Aufgrund der aktuellen Lage können wir sie leider nicht persönlich empfangen, deswegen wollten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Kreißsaal geben. Hier sehen Sie eines unserer Vorwehenzimmer, wo Sie vor und nach der Geburt überwacht werden. Und wir haben hier einen von den drei Kreißsaalen, wie Sie sich jetzt gerade ansehen dürfen, Kreißbett, CDG-Gräs, Stelle für die Babys, wo die Fußabdrücke dann kommen, wo das Kind messen und die Ohren, die kleine Karte gibt es dann mit, für zu Hause, wo das erste Foto drauf kommt, wo die Fußabdrücke. Weiterhin befindet sich, was ich immer sehr schön finde, in jedem Kreis also exklusiver Stuhl, der ist leider nicht für Sie, auch nicht für die Hebamme, sondern für die Feder, damit ihr uns nicht hochkippt. So, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten zu entwenden, zum Beispiel auf dieser schönen Hockerhintel. Dort sitzt der Koffer, hier sitzt die Mama, hier sitzt ich auf dem Fußboden und wir warten aufs Weg in die Maitland. Sollte es nun nicht so weit sein, ohne Ihren Schmerzen etwas leiden, warten nicht zur Entspannung, nutzen Sie unsere schöne Entspannungsbank mit einer Sternenlinie, der sich begleitet. Sobald Sie Ihren Bunden haben, kommen Sie auf unsere Wöchnerin-Station. Dort werden Sie in ein unserer Zwei-Bett-Zimmer gelegt mit eigenem Bar. In direkter Nähe dazu befindet sich auch die neonatologische Einheit. Sollte es notwendig sein, dass Ihr Kind Unterstützung braucht, werden die Kollegen sich dort um Sie kümmern. 24 Stunden am Tag. So, zum Anfang unseren kleinen Rundgang sind wir im Kreisel 3. Kreisel 3 ist der Wasserkreisel. Das heißt, hier können Sie gerne ein Wassergebot stattfinden lassen. Sie können sich das Seil im Moment ein bisschen so nähe ziehen. Sie können völlig entspannt in der Mante sitzen. Und damit es noch ein bisschen schöner wird, haben wir uns gedacht, einmal ein Blick aufs Hütt und dann sind Sie noch entspannter. Wenn Ihnen unser kleiner Rundgang gefallen hat, dann melden Sie sich bitte zwischen der 28. und 22. Schwangerschafts-Sorat in der Günder am Ruderzahn. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald! Bindern 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 Untertitelung des ZDF, 2020